DELTA FORCE Es geht nicht um Stolz. Daddy! Lassen Sie mich los! Nicht um Ehre. Ich muss ihn töten. Es hetzt dich, es hat sogar keinen Weg. Es geht um die Rettung von Menschenleben. Ich will die Pässe haben. Wieso? Mit Hannah Shigula. Sie kämpfen, um das Leben unzähliger Geiseln zu retten. Los, jetzt wir in der Schauspiel. Nein! Wenn Sie einen von uns mitnehmen, gehen wir alle mit. Die Welt zittert vor dem Terror. Dies sind die Männer, die ihn bekämpfen. DELTA FORCE In einer Minute geht die Show los. Wir sind die DELTA FORCE. Wir werden sie nach Hause bringen. Schnell! Da lang, Beeilung! DELTA FORCE Mit den härtesten Kämpfern. Mit Chuck Norris. Und Lee Marvin. Amerikaner, ich möchte mit Ihnen verhandeln. Können Sie mich hören? Laut und deutlich. DELTA FORCE Ihr härtester Einsatz.